Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frage-Video. Christian und ich haben uns schon warm gesprochen. Ungefähr sechs Minuten, nein sieben. Und ich stelle jetzt die sonntägliche Frage. Und zwar, Frage 393. Ist dein Partner auch dein bester Freund oder deine beste Freundin? Wer beantwortet jetzt die Frage für wen? Du für mich und ich für dich. Ja, ich beantworte sie für dich. Und was du glaubst, was ich antworten würde? Du würdest sagen, ja. Ich bin auch dein bester Freund. Ja. Also kurz und knapp. Geibst du nochmal? Ja, definitiv. Ohne Zusätze würde ich antworten, ja? Mhm. Okay. Aha. Wie ohne Zusätze? Ja, ja, natürlich. Ja, du würdest dann natürlich noch zwei, drei Nachsätze sagen, aber natürlich ist es mein bester Freund, aber ich habe ja auch noch andere beste Freunde und dies und das und jenes, so. Aber um die Frage direkt und kurz zu antworten, würde ich sie mit Ja beantworten. Ja, ja? Ja. Habe ich dir schon mal gesagt, dass du mein bester Freund bist? Nee, aber ich bin dein Frumpel. Ja, ist doch so. Ja, und wie würde ich antworten? Du, bei dir weiß ich das tatsächlich nicht. Weil ich bin ja ein offenes Buch. Also für dich, glaube ich. Also in vielerlei Hinsicht. Und solches habe ich nämlich auch schon geäußert. Das stimmt. Das ist ja schon ganz oft gesagt, dass du eigentlich mein, weil ich habe ja ganz oft gesagt, dass ich hier in Köln sehr, sehr lange und schwer hatte, irgendwie Freunde zu finden, weil ich immer so viel zu tun hatte und so. Und in meinem Alter ist das nicht mehr so einfach wie früher, mit 18, 19, 20, glaube ich, wenn man in eine andere Stadt zieht. Ich schweife schon wieder ab. Ich wollte gerade sagen, ja, wie würde ich denn die Frage beantworten? Na los. Ich wollte, ja, das war ja nur mein Intro. Ich wollte sagen, dass ich dahingehend ja auch schon öfter mich geäußert habe dir gegenüber, dass ich halt gesagt habe, ach, aber eigentlich ist das auch ganz schön so, weil ich habe ja trotzdem einen besten Freund hier und das bist du, weil ich ja immer gesagt habe, dass ich meine beste Freundin und meinen besten Kumpel und überhaupt meine Freunde vermisse und so. Habe ich ja immer so erzählt und dann, deswegen ist das für dich ja auch ein leichtes, das so zu beantworten. Und du, ja, du hast recht und du würdest beantworten, das wollte ich eigentlich nur sagen, glaube ich zumindest, weil du mir gegenüber eben solches noch nicht erwähnt hast. Emil, ich würde sagen, dass du auch findest, dass ich deine beste Freundin bin, weil ich eben nicht mitbekomme, dass du anderen so Dinge erzählst, die du mir erzählst. Denke ich jetzt einfach mal. Bist du sicher? Und ich glaube, weil unsere Beziehung ja auch mit einer Freundschaft angefangen hat, in der wir ziemlich viel miteinander geteilt haben, wo du ja auch Sachen erzählt hast und ich auch Sachen erzählt habe, die man jetzt vielleicht bei einer anderen Anfangsgeschichte einer Beziehung nicht erzählt hätte. Zum Beispiel so halt Ex-Freunde und so. Also das haben wir ja schon vor unserer Beziehung alles schon miteinander so geteilt und so. Und ich glaube, daher ist halt diese Hemmschwelle gering geblieben, dass man eben bestimmte Sachen in der Partnerschaft eben nicht anspricht, glaube ich. Und deswegen, also wir machen das, also wir erzählen uns sehr, sehr viel, glaube ich. Ja. Und antwortete jetzt nochmal jeder für sich selber? Ja. Aber kurz. Okay. Ich fange an. Du fängst an, aber kurz. Ja, Christian ist mein Frumpel, mein Kumpel und mein Freund. Ja, genau. Freund und Kumpel. Aber, so wie du ja auch schon richtig gesagt hast, habe ich trotzdem ja auch meine sehr, sehr guten Freunde. Aber ich muss tatsächlich sagen, du weißt am meisten von mir. Mhm. Ja, und ich kann das auch nur so beantworten. Wir benutzen halt auch immer dieses Wort Frumpel. Also nicht immer, aber ganz oft, wenn es halt genau darum geht. Ja, es ist halt Freund, Freundin und Kumpel gleichzeitig. Und ja, es gibt natürlich noch andere Menschen, mit denen man interagiert, die man vielleicht auch unter anderem schon länger kennt und die man dann auch als beste oder als sehr, sehr gute Freunde bezeichnet. Ähm, aber die Frage war ja nicht, ob es der einzig beste Freund ist, sondern vielleicht, ich weiß nicht, wie ich... Ein bester, ja. Ein bester Freund. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Aber mein bester ist ja schon superlativ. Und beinhaltet ja eigentlich. Es gibt nur einen einzigen. Ja, aber wenn ich nach den Gesichtspunkten die Frage beantworten müsste, dann wärst du mein bester Freund. Ja. Ja. Das ist aber romantisch. Ja, ist ja so. Also aktuell, muss ich sagen, ist das bei mir genauso. Das ist schön. Ja. Weil wir halt eben auch sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen und sehr, sehr viel auch teilen. Und tatsächlich, bei uns ist es auch so, dass wir fast täglich auch unsere Gedanken teilen, die so aktuell sind. Mhm. Das ist... Ja, das stimmt. Also im Vergleich zu anderen Paaren verbringen wir sehr viel Zeit miteinander. Also das soll jetzt gar nicht irgendwie negativ oder wertend klingen, sondern einfach... Also es gibt so Sachen, die stehen bei uns halt einfach fest. Zum Beispiel, wir essen eigentlich immer zusammen. Wenn es halt natürlich zeitlich nicht geht, dann geht es nicht. Aber irgendwie, wir richten es immer so ein, dass wir zumindest zusammen zum Abend essen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Komisch, ne? Es ist uns auch irgendwie wichtig, obwohl wir das nie so ausgesprochen haben. Und wir gehen auch zu 99,9 Prozent der Fälle zur selben Zeit ins Bett. Ja. Also es kommt eigentlich so gut wie nie vor, dass wir, dass jemand länger aufbleibt. Ja, was heißt so gut wie nie? Gäste, bist du nach mir ins Bett gekommen? Ja, aber du hast im Bett noch gearbeitet. Und dann war ich schon wieder am Schlafen, als du dann fertig warst. Ja, stimmt. Also irgendwie, ja klar, da war ich dann halt irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde später im Bett. Aber meistens ist es auch jetzt nicht so, dass irgendjemand auf der Couch einschläft und dann mitten in der Nacht ins Bett geht. Oder, keine Ahnung, bis in die Puppen feiern geht. Und dann, also klar, es kommt schon mal vor, aber das ist wirklich sehr selten. Ja, aber wenn ich dann mal irgendwie unterwegs bin und nach Hause komme im Nachttier, dann bist du aber auch so lange im Arbeitszimmer und wartest du um mich, was willst du gar nicht? Ja, oder umgekehrt. Du gehst nicht um vor mir. Ja, richtig, ja. Außer halt, wenn wir unterschiedlich in anderen Städten sind. Ja. Dann ist ja klar. Ja. Ja. Gut, egal. Ist ja auch total wurscht. Wir sind auf jeden Fall beste Freunde auf, 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 ja. Ja, mit Mo. Mit Mo, ja. Natürlich, ja. Ja, wie sieht das bei euch so aus? Habt ihr beste Freunde? Und so ist das dann zufälligerweise auch sogar euer Partner, eure Partnerin. Das würde mich sehr interessieren. Mich auch. Und, ja, ich glaube, es ist auch eine Altersfrage. Fällt mir gerade ein. Ja, bestimmt. Ja. Weil früher war das bei mir nicht so. Wenn du so jünger bist und eine Beziehung führst, dann besprichst du ganz oft die Probleme eher mit deiner besten Freundin, schrägstrich besten Freund. Mhm. Ne, so, weil du, weil du das vielleicht noch nicht so kannst innerhalb der Beziehung so zu kommunizieren und so. Und ich glaube, je älter man wird, desto besser kann man das und reflektiert sich und will das auch unter sich klären, wenn es halt um Probleme geht und so. Ja. Ne? Aber bevor das hier noch länger wird. Ich mach mal so. Das ist mir letztens schon im Schnitt aufgefallen. Ja. Das ist voll blöd aus. Du weichst mir auch immer aus. Ja. Ich will das Video nicht noch länger werden lassen, obwohl das schon zu spät ist wahrscheinlich. Und, ja, wir wünschen euch noch einen schönen Restsonntag und wir sehen uns am Mittwoch. Spätestens am Mittwoch. Ja. Und, ach so, doch, eins hatte ich noch. Und zwar würde mich mal interessieren, wie ihr das denn findet, dass wir die Fragen erst mal vom anderen ab und zu mal beantworten, wenn das passt. Da würde ich hier nochmal so eine Umfrage starten. Das fände ich nämlich... In meiner Nase? Nee, hier an deiner Ecke. Fand ich nämlich letztes Mal total cool mit der Umfrage. Ja. Würde mich interessieren, also stimmt gerne mal ab, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten jetzt wirklich Tschüss. Tschüss. Mein Bart ist ganz fusselig. Soll ich dir den schneiden? Ja, das ist nicht so schwer wie Haare schneiden. Soll ich dir auch die Haare wieder schneiden? Ja, gerne. Das ist doch ganz vergnüglich. Das war schön. Ich bin dran. Ja, aber willst du noch Hallo sagen, oder? Ja, ich muss es mir schon in die Hand geben. Darf ich nicht? Nö. Jetzt küsst du mich richtig. Los. Das ist unmöglich, echt. Und dann lief sie gerade da vorbei und dann ist der Hund ausgerastet und hat mich angepillt. Oh. Ja. Was denn? Warum? Was war das denn? Ja, was war das denn? Das ist hier genau die richtige Frage. Kannst du jetzt mal... Ich habe mich damit gerechnet, dass du mich sofort küsst. Kannst du jetzt mal eine Frage stellen? Jetzt mach ich doch mal vernünftig. Das macht genau die richtige. Warum machst du das denn so doll? Ja, weil du immer wieder weg gehst. Du weißt mir immer aus. Hallo und... Was ist das denn so lustig? Guck mal, du hast dieselbe Farbe. Sieht man gar nicht, den Stift, ne? Mal mal drauf. Mal mal was drauf. Ja, so... Schnell. Nee. Deine Mutter wird böse. Wieso? Ähm... Also... Äffst du mich... Ich muss diese Haare abschneiden, ne? Äffst du mich nach? Nee. Die sind voll warm im Nacken, das ist eklig. Frag mich mal. Was meinst du von mich immer? Du musst es auch schon machen wie ich. Wie denn? So zur Seite. So zur Seite, ja. So wie doch ein Röschen. Nee, Rapunzel meine ich. Soll ich mein Haar hinunterlassen? Zur Ruhe jetzt.